Vokabel, äh, Vokabeltest sagen. Sag mal. Also, das erste ist, kannst du... Oder warte, warte mal kurz, warte mal kurz. Wir sind jetzt kurz vor Ende. Diese Party, dieses Mal wäre cool, wenn wir gewinnen. Dieses Mal haben wir wieder so eine geile Runde. Ich habe keine Waffe, stabil, da kommt ein Gegner noch stabiler. Komm her, komm her, komm bei mir, komm her. Da kommen Leute bei uns. David. Wo ist das? Es kommen Leute bei uns. Oh mein Gott. Sie sind bei uns. Er hat den Schild, gebo, fu. Schaisopene, schlank in den Hof gerade. Da war, da schunnen den Dinger, nein. Dote. Das sind danach, das sind danach Urven und Birsch. Urven und Birsch, Sniper auf dem Berg. In diese Richtung.